jo servus leute mein name ist mtc und willkommen mal wieder zu einem neuen real talk video auf meinem kanal ja dieses mal wieder in schwarz weiß wer hätte es gedacht natürlich jeder ja heute habe ich ein thema für euch mitgebracht beziehungsweise ja geplant was ein bisschen länger geht und zwar wurde ich schon des öfteren gefragt ja mtv ist es überhaupt mit deinen persönlichkeitsstörungen und zwar habe ich schon in sehr sehr vielen real talks erwähnt dass ich diverse persönlichkeiten habe klingt auf den ersten blick erstmal total total creepy so nach dem motto ist es aber nicht und ja heute werde ich einfach mal drüber reden das thema wollte ich mir eigentlich aufheben für irgendwann anders aber der gute fellmensch blog hat mich mit einem video von ihm war was fellmensch blog oder atombiotop auf jeden fall ein kanal von ihm von dem guten sascha darüber geredet wie er persönlich auf lob und kritik klarkommt beziehungsweise ob er überhaupt klarkommt damit damit lob und ja positiven sachen und da ist mir eingefallen okay gut also hat einige sachen erzählt die ich so bestätigen kann von mir selbst und da ich mir so gedacht okay du musst auf jeden fall über das thema persönlichkeitsstörungen reden so ich wollte das video eigentlich schon irgendwie gegen mittag aufnehmen jetzt haben wir abend aber naja ich hoffe mal dass ich nichts vergesse deswegen wird dieses video wahrscheinlich wieder ein bisschen länger sein so wo fang ich am besten an ach so apropos der der link von von dem video von dem ich quasi teilweise noch zusätzlich inspiriert wurde habe ich natürlich in die video beschreibung gepackt und ja fangen wir am besten mal an persönlichkeitsstörungen ich leide wäre jetzt der falsche ansatz ich leide ja nicht darunter aber das ding ist ich habe seit sehr sehr vielen jahren verschiedene persönlichkeiten es ist jetzt nicht so schlimm wie in dem film split dass jede persönlichkeit irgendwie eine andere dna struktur aufweist oder irgendwelche körperliche veränderungen mit aus was weiß ich was auswirken lässt aber es ist tatsächlich so dass ich mich psychisch gesehen anders fühle wenn ich mich mit diesen persönlichkeiten so ein bisschen ja wenn die persönlichkeiten halt wechseln es ist jetzt nicht so wie in einem typischen horrorfilm dass man sagt okay gut persönlichkeitsstörungen ja hat keine kontrolle mehr über sich aber trotzdem gibt es verschiedene persönlichkeitsstörungen ich persönlich würde es jetzt nicht als horror empfinden oder als oh mein gott mir muss geholfen werden blablabla es ist eher so etwas wie ja viele würden es als maske bezeichnen oder als als rolle ja man kann es nennen wie man es will ich persönlich sehe es als persönlichkeitsstörungen ich habe auch schon mit meiner ärztin darüber geredet und ja wie setzt sich das ganze zusammen ich weiß gar nicht wie ich dieses thema hier behandeln soll vorhin hatte ich noch so viele gedanken im kopf und jetzt weiß ich fast gar nichts mehr über das ich mal reden wollte hier in diesem thema in diesem video über dieses thema ich war wie soll ich sagen ich war damals circa 12 13 jahre alt ich hatte eigentlich eine sehr sehr gute kindheit klar es kann immer irgendwie besser laufen ja was dieses positive level angeht es gibt immer irgendwie etwas was besser ist ja was besser läuft ja die einen werden irgendwie mit einem goldenen löffel im arsch geboren ja die anderen bekommen halt irgendwie schon im jungen alter mit das geld hat einfach nicht auf der straße liegt und das geld ja einfach schwer zu verdienen ist ja und dass man mit geld halt nicht so umgehen kann wie andere leute ja typisches beispiel während andere damals in meiner klasse immer die neuesten games hatten oder was weiß ich ja wie soll ich sagen die neuesten sachen halt die neuesten jojio karten die neuesten spielsachen die neuesten trends und die neuesten games und city roller und fahrräder und ach guck mal der fußball hat ja nur 50 euro gekostet was weiß ich die ganzen materiellen sachen ja und irgendwelche eltern die in einem haus gewohnt haben wo die kinder schon damals irgendwie ereignis zimmer hatten mit fünf sechs jahren und lauter und lauter noch solche sachen ja die ganzen materiellen schwachsinn ja von mir aus auch eltern die 24 7 auf ihr kind aufpassen und das kind macht sich dann kurz weh am knie und die eltern flippen halber aus und sagen auch gottele kommen was ist los und dies das jenes und hier ein kurs da ein kurs und hin und her das sind die leute die mit einem goldenen löffel im arsch geboren werden ja und selbst die sind nicht zu 100 prozent glücklich ja das ist eine sache die will ich jetzt nicht weiter anschneiden das ist von mensch zu mensch unterschiedlich es gibt auch leute die bekommen den hals nicht voll ja da gibt es halt leute die werden halt in eine ja wie soll ich sagen in eine beziehung oder einer inner in der welt reingeboren wo die eltern sowieso so eine beziehung führen die schon kurz vorm abnippeln ist so nach dem motto irgendwann später bekommt man damit okay du warst gar nicht gewollt du bist kein wunschkind ich meine die wenigsten kinder sind wunschkinder das jetzt nicht irgendwas wo man sagt oh mein gott ja man kann auch ein kind bekommen aus versehen sage ich jetzt mal und kann das kind sehr sehr krass lieben und kann stolz darauf sein dass man das kind überhaupt bekommen hat ja auch das will ich jetzt nicht weiter hinaus aber wie gesagt da gibt es halt die leute die im prinzip geboren werden und schon ein perfektes leben haben irgendwann später werden die kinder dann erwachsen wohnen halt immer noch mit 20 30 zu hause weil die eltern halt nichts dagegen haben wir haben immer noch ihr eigenes zimmer bekommen alles bezahlt führerschein auto studium bekommen alles bezahlt müssen kein finger krumm machen das sind dann von den eltern von diesen typischen bio eltern die halt einfach irgendwie was weiß ich ihr leben lang geackert haben oder nur das halbe leben lang geackert haben oder irgendwie sonst woher geld haben ist mir alles wurscht ist mir egal ja und dann gibt es halt noch die leute die halt wirklich in der scheiß welt rein geboren werden so bevor ich mich noch weiter verzwick in diesem leben ich hatte eigentlich eine total gute kindheit ja ich wurde weder körperlich noch psychisch missbraucht oder fertig gemacht klar es gab sehr sehr viele differenzen es gab auch sehr sehr viele momente wo ich sage ja hätte jetzt nicht sein sollen ja und über weiteres will ich gar nicht reden ich will ja nicht meine familie oder meine mutter diesbezüglich schlecht machen meine videos gucken wird sie nicht oder was heißt sie wird es nicht gucken sie guckt meine videos halt nicht sie interessiert sich nicht für das ganze was ich im internet mache ist ja auch legitim wie gesagt meine kindheit war jetzt nicht so schlecht klar ich hatte jetzt nicht immer die neuesten sachen und die geilsten sachen und liebe hier liebe da 24 7 jahr umsorgt und bla 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 aber ich denke mal meine mutter hat als ich klein war das bestmögliche versucht ja ich habe schon im jungen alter halt mitbekommen wie es halt ist wenn man sich halt nur von toastbrot und salami und wasser annähern muss weil das geld hat einfach nicht reicht obwohl beide elternteile halt arbeiten gehen ich habe im jungen alter mit fünf sechs jahren miterlebt wie mein erzeuger oder leiblicher vater gewalttätig wird drogen nimmt und so ein scheiß ja und meine mutter bedroht ja deswegen hat sie sich von dem kerl getrennt ja und es ist wunderbar so es ist optimal ja so dann hatte ich einen neuen vater quasi also mein immer noch stiefvater heute und das ganze klar am anfang ist es halt so wenn du deshalb mitbekommst es gibt keine person die sagt ja das total traurig und boah hier hast du mein mitleid du wirst einfach in die scheiß welt geboren und du machst du nichts draus ist es für dich okay ja ich habe jetzt nicht da gesessen habe geweint oder so ja andere hatten halt ihren leiblichen vater immer noch ja und ich halt nicht ja und das war für mich okay also wenn es anders gewesen ist dann kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern aber von dem was ich jetzt immer noch weiß war es so dass es einfach hingenommen habe man kann ja nichts ändern als kleines kind man nimmt es einfach so hin denkt sich halt sein teil von wegen ja okay keine ahnung warum das jetzt so ist aber okay so ich habe immer von meiner oma vor allem meine oma hat mir eigentlich das meiste immer wieder gekauft und war für mich da und hat mich umsorgt und er kommen hier mal eine bäckerei da mal eine bäckerei und ein kakao da mal ein schokobrötchen und dies das jenes und hin und her und hast nicht gesehen ja meine oma hat sich auch überwiegend darum gekümmert dass ich damals in der schulzeit dass ich schon ich habe mit fünf jahren bevor ich eingeschult wurde dass ich da schon lesen schreiben rechnen und co konnte ja damit ich einfach besser vorbereitet bin und das ding ist halt einfach man gewöhnt sich halt an diese welt man wird halt in diese welt reingeboren bekommt halt manchmal diverse sachen mit und man wächst daran ja die meisten leute sagen immer der arme und dies das hast du nicht gesehen aber so arme ist es gar nicht wie gesagt man wird in diese welt reingeboren man gewöhnt sich an die scheiße ja es ist für einen nicht weiter schlimm man hinterfragt es am anfang gar nicht so und das ist der punkt das ist der brennende punkt man hinterfragt es nicht man lebt einfach damit ja wie gesagt meine kindheit war eigentlich relativ gut ich bekam zwar nicht immer die neuesten sachen und die geilsten sachen so aber man hat sich wenigstens ein bisschen mühe gegeben ich wurde zwar auch nicht zu 24 7 umsorgt so von wegen ach guck mal hier ein kurs der handkurs hier mal eine umarmung es ist jetzt nicht so abgelaufen es ist aber auch nicht unbedingt mega heftig krass eiskalt abgelaufen es war so ein gesundes mittelmaß ja und somit wurde man älter und älter hat die schule bewältigt dann kamen halt die probleme die halt viele haben dann kam dieses thema mobbing und keine freunde und bla 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 und man wurde irgendwann älter und dann kam die pubertät ja und irgendwann zu dem zeitpunkt als ich 12 13 jahre alt war habe ich irgendwie wer soll ich sagen es hat sich irgendetwas verändert der der ich früher mal war den gab es auf einmal nicht mehr da war wie ausgelöscht auf einmal war da eine andere person ja diese person ist irgendwie so in den schatten gerückt diese person von früher dieses kind und die andere person ist halt dann ja ans licht gekommen quasi und jetzt kommen wir zum eigentlichen thema persönlichkeitsstörungen bis dato war ja noch alles okay man kommt in die pubertät man ändert sich halt ein bisschen man sieht die welt halt ein bisschen anders viele dinge machen plötzlichen sinn viele andere dinge machen auf einmal keinen sinn mehr man denkt sich so okay gut als junge denkt muss ich so okay mädels für was sind mädels da warum haben die lange haare lange haare alles klar warum haben die lange haare warum dies das jenes man stellt sich halt irgendwelche fragen so ja und irgendwann findet man heraus ach man kann sich ja auch in die person irgendwie verlieben sondern verguckt man sich halt in irgendeine person und so geht es an die ganze pubertät lang ja so trotzdem hat man dieses gewisse umdenken auf einmal ja ich weiß ich verblattere mich gerade wieder ein bisschen einfach weil ich nicht weiß so recht weiß wie ich jetzt weitermachen will oder weitermachen sollen weil es wirklich ein krasses thema ist es ist so umfangreich dieses thema das kann man nicht in fünf minuten oder zehn minuten besprochen haben ja was ich damit sagen will diese persönlichkeitsstörung es ist für mich ein ausweg ganz kurz vorab viele die mich privat kennen und sich ein bisschen näher mit mir beschäftigt haben wissen wie es ist oder beziehungsweise kennen mich diesbezüglich ja ich will einfach mal die persönlichkeiten die ich habe aufzählen ja das ist ja wie soll ich sagen es gibt ungefähr vier persönlichkeiten einmal diese ganz normale marcel persönlichkeit weil naja weiß halt marcel im echten leben ist ja klar dass diese diese persönlichkeit von früher dieses kind was so quasi in den schatten gerückt ist ich habe mir obwohl vieles damals scheiße gelaufen ist habe ich mir sehr sehr viele wünsche habe soll ich sagen ich hatte sehr viele wünsche ich hatte träume ich hatte ziele ich hatte perfekte vorstellungen da kann ich ja irgendwann mal ein extra video machen was für ziele und wünsche und träume und blablabla ich hatte jedenfalls viele sachen haben halt nicht so geklappt ja deswegen ist dieses diese 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 private diese diese kindliche persönlichkeit ist dann immer mehr in die dunkelheit gerutscht ja und da gibt es noch die ja ich würde nicht sagen positive wäre also neutrale persönlichkeit von mir selbst das ist die persönlichkeit die am ja am neutralsten ist von allen persönlichkeiten die persönlichkeit die kein bock hat sich das leben zu nehmen die bock hat dieses leben zu bestreiten ja dagegen anzugehen zu kämpfen ja also keine persönlichkeit von wegen tritra tralala das leben ist geil war eine persönlichkeit die sagt hey ja das leben ist scheiße aber hey trotzdem kann man weiterleben und kann das beste draus machen ja und dann gibt es noch eine persönlichkeit die nenne ich immer empty das ist die persönlichkeit die hass darstellt das ist die persönlichkeit im prinzip was aus diesem kind von damals geworden ist ja ich habe wie jeder mensch auch es ist ja kein geheimnis oder so aber wie jeder mensch macht es irgendwann mal durch man verliebt sich man kommt zusammen man sagt hey das ist meine große liebe liebe des lebens blablabla hat kinderwünsche heiratswünsche und ja wir machen mal alles besser was meine eltern oder unsere eltern falsch gemacht haben wir ziehen zusammen in ein haus garten trampolin hunde katzen babys kinder kriegen nachbarn sind geil geburtstage feiern weihnachten urlaub finanziell erfolgreich alles mögliche das perfekte gesamtbild halt einfach so und dann klappt halt die beziehung nicht mehr man wird eifersüchtig man weiß nicht mehr weiter so und irgendwie geht die beziehung in die brüche man wird verlassen damit vergessen aber insgesamt ignoriert man wird wie ausgelöscht ja wie von so einer geheimen wie soll ich sagen wie nennt man das denn wie von so einer keine ahnung wie von der fbi oder von der weiß ich halt nicht so so eine so ein geheimen dienst halt man wird einfach gelöscht wie als wäre man nie existent gewesen ja so dann erleidet man halt diese trennung freunde verabschieden sich von einem mit den eltern kommt man auch nicht mehr klar irgendwann wird man von zu hause rausgeschmissen weil halt einfach die schule nicht mehr gepasst hat weil die arbeit vielleicht nicht geklappt hat oder weil gar keine arbeit geklappt hat weil man sich einfach gehen hat lassen weil man nur gezockt hat keine ahnung alles mögliche passiert das sind alles so sachen die halt passieren ja und irgendwann entsteht halt dieser hass dieser hass auf die menschheit das gegenüber der liebe das gegenüber freunden die sich einfach nicht mehr melden das gegenüber seiner familie weil die familie einfach nicht mehr zu einem steht oder zu einem hält dieser hass wächst und wächst er wird immer größer und größer und alles was man gut war und positiv und liebe und und freundlichkeit höflichkeit wandert so immer mehr in den hintergrund in den schatten in dunkelheit und so entsteht dieser hass persönlichkeit ich würde es mal so sagen empty ist eine persönlichkeit die sich nicht wirklich freunde macht die die wie soll ich sagen die die sympathische persönlichkeit ist mtc also die youtube-persönlichkeit aber da komme ich gleich noch mal drauf die empty persönlichkeit ist eine persönlichkeit die meist dann rauskommt wenn ich getrunken habe also wenn ich nicht wenig getrunken habe sondern wenn ich zu viel getrunken habe wobei zu viel ist eine komische maßeinheit wenn ich gut dabei bin sagen wir es mal so da kommt dann diese empty-persönlichkeit raus die empty-persönlichkeit scheißt auf alles was man war normalerweise bin ich ein mensch der bock hat auf wissen ich habe bock auf bildung ich habe bock auf intelligente gespräche tiefsinnige gespräche doch sobald ich halt ein bisschen was getrunken habe man kann es eigentlich nicht auf den alkohol schieben ich weiß jeder mensch verändert sich ein bisschen wenn er was getrunken hat aber das ist eine andere art von veränderung immer wenn ich zum mt werde hört sich jetzt doof an weil ich mt bin ich weiß aber ich nenne es einfach mal so immer wenn ich zu diesem monster werde ich nenne es auch in so vielen songs die ich geschrieben habe oder in sehr sehr vielen videos oder set stories die ich mal gemacht habe rede ich meist von einem monster und dieses monster ist dieses hasserfüllte depressive monster welches sich durchgehend permanent dieser schwarz weißen welt befindet dieses wie soll ich sagen diese persönlichkeit die bereit ist zu gehen die bereit ist zu gehen aber andere menschen mitnehmen will in den tod vor allem menschen die dieses monster zu einem gemacht haben ex freundinnen familienmitglieder ehemalige freunde die regierung vielleicht die um die umwelt das persönliche umfeld die gesellschaft an sich alles mögliche halt ja und diese mt-persönlichkeit ist das wie soll ich sagen die stärkste persönlichkeit von allen vieren weil sie einfach die die kontrolle besitzt also würden wir jetzt von dem film split ausgehen würde ich jetzt sagen die mt-persönlichkeit hat sehr oft die kontrolle über dieses licht also über die alltägliche existenz ja diese existenzkontrolle sage ich jetzt einfach mal ich weiß es hört sich ziemlich doof an aber ich habe bock auf dieses tiefsinnige thema ich hoffe dieses thema ist bisher noch nicht langweilig geworden ja die mt-persönlichkeit ist wie gesagt ich mache mich mit dieser persönlichkeit sehr sehr unbeliebt ich kann die persönlichkeiten nicht einfach so wechseln die persönlichkeiten sind einfach da wenn sie da sind wenn es halt an der zeit ist dass sie da sind oder da sein müssen wenn ich die mt-persönlichkeit bin es gab damals vor zwei jahren als ich verlassen wurde von meiner letzten freundin und sie dann irgendwie gedacht hat sie müsste eine woche später nach knapp zwei an beziehung irgendwie schon neuen typen haben und hat nichts besseres zu tun gehabt wie mich anzurufen und mich zu nerven und zu provozieren und mir immer wieder hoffnungen zu machen und ich falle auch noch darauf rein gleich viel darauf ein ja zu dem zeitpunkt weiß so verhasst ich hatte meine glanzzeit erreicht was das thema trinken betrifft ich habe mir hätte man 30 gläser wodka hinstellen können ich hätte die nach und nach geäxt hätte meine musik gehört und fertig wer mir zwei kästen bier hingestellt hätte ich hätte die getrunken ohne probleme ich habe zu dem zeitpunkt habe zwei monate lang durchgesoffen es war eine krasse erfahrung es gab positive punkte und negative punkte die positiven sind die dass ich viel mehr über mich selbst gelernt habe und viel mehr über die menschen gelernt habe und die negative wahrheit die dass ich mir sehr sehr viele feinde gemacht habe ich weiß noch damals einen typischer zeitpunkt ein kumpel von mir den ich jetzt nicht unbedingt als besten freund sehen würde aber ein kumpel den ich halt schon seit sehr sehr langer zeit kenne seit der schulzeit seit der fünften sechsten klasse der hatte damals den zeitpunkt eine freundin und wie es halt so ist unter kumpels die halten freundin haben man sagt halt hey ich wurde verlassen ich habe eine trennung mitgemacht oder ich bin gerade dabei einfach total abzudriften ich brauche einfach mal einen männerabend und will saufen gehen so viel wie keine ahnung wie es einfach nicht mehr geht die musik hören ich will einfach einen drauf machen dass ich einfach die ex freundin vergesse und das sind dann die typischen freunde die dann irgendwie sagen männerabend kein problem dann kommen sie an mit ihrer freundin ja ich meine wer kennt es nicht männerabend und die kommen an mit ihrer freundin obwohl sie ist männerabend so und da haben sie nichts besseres zu tun wie dann irgendwie mit der person rum zu knutschen und händchen zu halten und schatzi bärli und tausend kurse namen zu geben was nicht gesehen und als person die dann irgendwie da sitzt und mit der trennung zu kämpfen hat man wird halt aggressiv wenn man sich denkt warum hat er das glück und warum wurde ich verlassen so und irgendwann kommt dieser hass wieder hoch und bei mir war es halt so dass ich angefangen habe mit leuten die um mich herum standen also so freundschaftlich gesehen ich wollte zwar ihre nähe um meine ex zu vergessen aber immer wenn es zu dieser nähe kam kam es zu streitigkeiten und einem habe ich sogar mal ins gesicht geschlagen einfach weil er etwas gesagt hat was ich nicht toll fand ich meine er hat gesagt ich weiß nicht wie er es gesagt hat aber hat irgendwie gesagt ja vergisst doch vergisst deine ex und da irgendwie gesagt ja deine ex eine punkt punkt also eine schlampe halt einfach eine dumme schlampe die dich nicht verdient hatten habe ich halt gemeint dazu in meiner gegend war drehst du nicht so über sie und hat das halt wiederholt und dann ja durch den ganzen alkohol und diesen hass den ich aufgebaut habe jedenfalls mt ist halt die monster persönlichkeit in mir die halt immer größer und stärker wird und ich sage halt nichts dagegen oder beziehungsweise ich mache nichts dagegen weil es ja ich akzeptiere es einfach weil ich nehme an dass das was dieses monster sieht die realität ist immer wenn ich in dieser phase bin dass ich dieses monster bin trinke ich halt enorm viel sehr sehr viel musik und bin sehr sehr alleine und liebt diese einsamkeit auch weil ich brauche diese einsamkeit einfach zu dem zeitpunkt und wie gesagt diese monster persönlichkeit alles was mich so umgibt was mich beschreibt schwarz weiß depressiv negativ alles verhasst es ist halt diese mt persönlichkeit ja hört sich doof an ist aber so dann gibt es noch die letzte persönlichkeit die ich auch sehr sehr gern mag die aber nicht so oft da ist das ist die mt sie persönlichkeit und die ja könnt ihr gerade hier sehen oder hören ja ich soll es am besten beschreiben die mt sie persönlichkeit die habe ich auch so genannt weil es einfach passt das ist einfach die youtube persönlichkeit die bock hat auf die gesellschaft die bock hat mit leuten was zu machen die bock hat ein bisschen was trinken zu gehen aber auch eine positive musik zu hören also so party musik bis in hier ein bisschen da was das ist diese persönlichkeit die so ein bisschen minimal noch den glauben an eine bessere welt hat wie gesagt ich werde irgendwann ein video machen über wünsche träume ziele und bla 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 die mt sie persönlichkeit ist die persönlichkeit die sehr sehr gerne jazz anhört sehr sehr gerne klassische musik anhört die entspannt die versucht zu entspannen ich würde nicht sagen die persönliche die die positive persönlichkeit aber einfach eine persönlichkeit das ganze nicht neutral sieht also schon negativ sieht aber die damit gut umgehen kann wie als würde man in der dritten person sprechen also das tue ich ja gerade irgendwie auch mehr oder weniger aber ich hoffe ihr wisst was ich meine das sind mitunter so meine persönlichkeiten und jetzt kommen wir zur eigentlichen frage die im titel steht wie komme ich mit diesen persönlichkeiten im alltag klar ich hatte ja jetzt zwei bis drei wochen besuchter vom frigo und das war eine nette zeit man hat viel miteinander gemacht vor allem serien geguckt geschlafen pizza gegessen und spazieren gewesen was getrunken und blablabla aber wenn ich jetzt meine persönlichkeiten darauf beziehe also diese kindliche persönlichkeit bleibt im hintergrund die ist generell im hintergrund ich muss ganz kurz was dazu sagen bevor ich weiter rede als ich mit meiner ersten freundin damals zusammen kam also ich hatte ein paar freundinnen zuvor aber das war die erste frau wo ich gesagt habe hey ich liebe dich wirklich na ich empfinde wirklich viel für dich und mit der war ich wirklich auch knapp zwei jahre zusammen ich glaube 18 monate waren das 19 monate ich weiß nicht mehr so genau und sie war wirklich eine sehr sehr ruhige person eine sehr entspannte person bei ihr hatte ich nie das gefühl dass die welt schlecht ist allerdings habe ich sie erdrückt mit meiner eifersucht ich glaube da habe ich auch schon ein video dazu gemacht zum thema eifersucht in der beziehung und mit der zeit habe ich sie von mir weg geekelt und trotzdem war ich in der zeit also ich hatte ja ja wie soll ich sagen diese eifersucht diese verlustsangst dieses dieses traurige dieses bitte lass mich nicht allein lass mich nicht einsam da sein oder verlass mich nicht das sind alles so sachen die halt einfach mit der zeit gekommen sind ja es gab halt viele sachen in meiner kindheit die sind gut gelaufen und es gab auch manchmal sachen die waren einfach scheiße ja einfach dass man alleine gelassen mit hey komm mal mach das und das und du wirst es schon schaffen so nach dem motto du wirst jetzt ins kalte wasser geschmissen und ja komm halt klar damit und deswegen war ich meiner ersten beziehung halt einfach so verkrampft so ängstlich und immer wenn ich mit ihren til schweiger film angeguckt habe oder ein disney film habe ich sehr sehr gerne gemacht damals kam mir bei emotionalen szenen kam mir die tränen und sie hat mir die tränen weggewicht und war für mich da und das hat mitunter das kind in mir bewahrt allerdings hat es mich auch sehr schwach gemacht und sehr angreifbar und also dann schlussendlich schluss gemacht hat mit mir und mich verlassen hat bin ich in eine ganz ganz starke depression abgerutscht diese depression war vorher schon da aber sie hat so im dunklen gelummert oder geschlummert nicht gelummert geschlummert und ich kam noch damit klar ich hatte zu dem zeitpunkt ich muss ganz kurz mal drüber reden zu dem zeitpunkt als ich mit ihr zusammen war ähm habe ich sehr sehr viele liebeslieder für sie geschrieben ich hatte noch ein bisschen längere haare also so dass man sie halt gut stylen kann ich hatte noch keinen bart keine richtigen ich war ich habe so 30 kilo oder 40 kilo weniger gewogen ich war ausgeglichen ich war ein ausgeglichener mensch ich war zwar traurig tief drin war ich sehr traurig und sehr ängstlich aber trotzdem war ich glücklich dass ich sie hatte das problem ist ich habe mich von sehr sehr vielen leuten mit der zeit verabschiedet wobei ich hatte eigentlich gar nicht so viele leute ich habe mich damals für sie entschieden und meine meine eltern haben mir die pistole auf die brust gesetzt haben gesagt dazu wenn du sie jetzt wenn du dich jetzt für sie entscheidest komplett ja da hast du hier nichts mehr zu suchen das ding ist ich war zu dem zeitpunkt 17 als ich sie kennengelernt habe und ähm ihr müsst euch vorstellen ich war so ab ab dem zwölften oder dreizehnten lebensjahr bei schon noch zu hause gesessen ja bin kaum in die schule weil ich gemobbt wurde dazu zu einem anderen thema dazu in einem anderen video mehr und hatte keine freunde und habe halt meinen trost in in serien gefunden ja serie also king of greens two and a half man ich habe sehr sehr oft und lange gezockt ich habe angefangen online spiele zu spielen ich habe mich sehr oft in foren beteiligt habe mit fremden menschen im prinzip geschrieben die mir trost gespendet haben ich habe mich zurückgezogen ja ich wollte nichts mehr wissen von dieser außenwelt und das fand meine mutter als scheiße sie wollte halt immer dass ich rausgehe dass ich halt wirklich echte freunde finde heute würde ich sagen echte freunde kammer auch im internet haben weil 99 prozent meiner echten freunde sind im internet habe ich im internet kennengelernt ja ja wie soll ich sagen dann habe ich irgendwann mit 17 habe ich diese frau kennengelernt ist das mädel und meine mutter fand es auf einmal komisch auf einmal war ich jeden tag draußen war kaum noch zu hause habe ich nicht mehr an der familie so beteiligt und da wurde ich halt rausgeschmissen ja und da war ich eine lange zeit eine lange zeit kann man es jetzt nicht nennen aber ich war eine gewisse zeit draußen habe eine zeit lang bei meiner oma übernachtet habe eine zeit lang im keller meiner freundin geschlafen und es waren als baukeller ich glaube es war winter sogar war es winter ja es war winter damals 20 minus 10 grad weiß ich noch hört sich jetzt zwar so an als würde ich mitleid einstecken wollen aber ist gar nicht so ich bin über diese zeit hinweg es ist immer noch tief in mir drin aber trotzdem war damals war es winters war dezember glaube ich war schon mit dem zu dem zeitpunkt war ich mit ihr zusammen und war 17 glaube ich und ihr müsst euch so vorstellen es waren draußen minus 8 oder minus 10 grad meine eltern habe ich rausgeschmissen ohne jacke man hat richtig derbe enttäuscht von mir ja und ich wollte alles tun dass diese beziehung halt hält weil ich halt auf einmal wieder einen sinn im leben gefunden habe vorher wurde ich gemobbt und hatte keine freunde auf einmal kam sie und auf einmal habe ich mich geändert und ich saß ich glaube das war vor weihnachten ich saß im internet café haben meinen erzeuger angeschrieben ob er irgendwie platz für mich hat er hat bis heute glaube ich immer noch zwei wohnungen mit insgesamt ja wenn ich so überlege als schlafmöglichkeiten hat er irgendwie stopp fünf sechs zimmer und erwart zu dem zeitpunkt nur dreiköpfig oder vierköpfig war ja glaube ich waren vier personen in diesem haushalt und trotzdem wollte er mich nicht aufnehmen ja da saß ich da war alleine habe ich halt im keller gepennt bei meiner damaligen freundin ihre mutter fand es überhaupt nicht nice was da so abging aber ich habe einfach akzeptiert ja und irgendwie nahm das ganze seinen lauf und dann habe ich halt die wohnung bekommen die ich halt jetzt habe weil meine mutter sich dazu irgendwann entschlossen hat okay gut war doch ein fehler was ich gemacht habe dich rauszuschmeißen aber hey da gibt es eine wohnung blablabla die eigentlich vorher meinem stiefvater gehört hat oder beziehungsweise wo er drin gewohnt hat und dann habe ich halt hier gewohnt mit ihm zusammen er war zwar halten die da aber bald wenigstens für mich wieder ein einstieg ins normale leben ja wenn man im keller gepennt hat oder sich draußen die nacht über in einem park rumgetrieben hat ja wie soll ich sagen es ist halt im prinzip alles hat hat mich so gemacht wie ich halt bin ja und wie gesagt und diese erste freundin die ich halt hatte dazu das kind in mir bewahrt wenn ich heute darüber nachdenken war es eine schöne zeit es war schön filme zu gucken die die traurig waren weil ich wusste hey wenn mir die tränen kommen ist sie da vielleicht war ich ein softy ein kleiner dummer softy vielleicht eine pussy für einige leute vielleicht bin ich heute noch eine pussy es passiert immer noch heute wenn ich mir gewisse filme anschaue klar natürlich kommen da ein zwei tränen weil man den film dann doch so schön und emotional findet dass einfach die tränen kommen weil es ja nicht komplett eiskalt ja und trotzdem ist dieses kind in mir noch weiter zurückgerutscht in die dunkelheit in die einsamkeit als meine damalige freunde mich verlassen hatten dann sind die depressionen extrem ausgebrochen wenn man habe ich alles hinterfragt irgendwann später habe ich dann noch mal eine neue freundin kennengelernt und die hat mich dann psychisch überhaupt komplett kaputt gemacht da war ich auch 13 14 monate zusammen und die hat mich psychisch komplett zerstört das war auch die wo ich vorhin erzählt habe dass ich es fort vor vor zwei jahren zwei monate lang durchgesoffen habe ja was hat das ganze mit dem persönlichkeitsstörungen zu tun ich sehe schon die timeline wie sie wächst und wächst und eigentlich will ich dieses video gar nicht in die länge strecken aber irgendwie muss ich weil ich noch weiteres zu erzählen habe ja um noch mal ganz kurz auf die frage zurück zu kommen der alltag wie gesagt als der frego da war eine zeit lang also wenn wenn freunde zu mir sagen hey lass doch mal was machen dann das erste an was ich denke ist ja mit ein paar freunden was machen weil lassen wir die sau raus und dann ja ist es so wie wie american pie man trifft sich man läuft man macht perverse witze man macht trinkspiele man trinkt bis morgens um 45 ja dann ist man pizza so und dann pennt man halt und guckt serien ja alles schön und gut aber die welt ist nicht wie american pie dass man sich irgendwie trifft und dann sind da zehn leute da und machen alle party hat die leute die meisten leute mit denen ich party gemacht habe also unterwegs war was trinken und so ein bisschen musik hören die meisten leute haben irgendwie dann um um 20 uhr angefangen mit mir zu trinken und um 21 uhr 30 haben sie okay dazu habe jetzt hunger meine freundin wartet zu hause ich gehe jetzt heim sondern wurde ich halt alleine gelassen ist ja auch legitim ist jedem seine sache da muss ja nicht mit mir mithalten und dann irgendwie bis drei vier uhr morgens saufen ja aber noch mal zum thema zurück persönlichkeitsstörungen diese mtc persönlichkeit also diese youtube persönlichkeit jetzt bock auf so was jetzt bock auf events jetzt bock auf dass man sich mal zu was für sich zu viert oder zu fünft trifft und einfach ein bisschen zusammen chillt ja aber diese mt-persönlichkeit will sowas nicht sehr mt-persönlichkeit will nur den helden spielen also diese monster-persönlichkeit in den meisten fällen wenn ich mit freunden was gemacht habe war es halt so es ist ob es jetzt negativ oder positiv ist oder egal ist ob es jetzt positiv oder negativ ist kann ich jetzt so nicht sagen aber diese mt-persönlichkeit immer wenn ich mit freunden unterwegs war wollte ich von allen immer der der coolste sein der mit den geilsten sprüchen der stärkste also körperlich gesehen und auch emotional der 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 typ der eiskalt ist der mit den frauen zwar nicht spielt aber der hat einfach frauen was weiß ich am start hat so nach dem motto wie sie jugend heute sagen würde so am start hat keine ahnung der der checker halt der anführer in den meisten fällen war ich auch der anführer und deshalb soll ich sagen es war geil ich habe es genossen ich habe es gemocht ich fand es geil denn der anführer zu sein so die leute haben auf mich gehört sie wollten meine meinung zu allem haben sie haben auf mich aufgesehen sie hatten respekt vor mir manche hatten dann angst von mir was mir eigentlich egal war ob die jetzt angst oder respekt haben ja und somit hat das ganze seinen lauf genommen aber mit der zeit habe ich dann gemerkt hey diese leute haben kein respekt vor dir weil du cool bist oder weil du halt sympathisch bist die leute haben angst vor dir weil wenn du zu viel getrunken hast hast du kein problem damit auch einem kumpel ins gesicht zu schlagen so und die leute haben sich halt von mir entfernt ich wurde immer mehr wurde ich einsam ich sag mal so auf der einen seite kann ich die leute verstehen dass sie mich alleine gelassen haben weil keiner will irgendwie ein proleten als kumpel der irgendwie zu viel läuft und zu lange in der vergangenheit was weiß ich hängt so krass dass er irgendwie dann aggressiv wird und körperlich ausrastet ja oder handgreiflich wird will keinen mensch haben auf der anderen seite hätte man mich einfach mal verstehen müssen und mit mir reden müssen über tiefsinnige sachen ja dann hätte ich das ganze eigentlich wieder vergessen wie gesagt im alltag ist es halt schlimm als ich noch in einer beziehung war hat sich das ganze nicht so gezeigt da war ich eher so der softie der typ mit einem traum der typ mit wünschen und zielen und ja das kind in mir halt einfach dieser dieser dusselige mensch der immer noch irgendwie denkt die welt ist ein märchen irgendwie dass man eine frau kennen lernt mit ihr zehn kinder hat und die frau irgendwann stirbt und man selbst stirbt halt mit dieser frau zusammen hand in hand und die realität ist aber anders es gibt nicht keine ahnung ist sowas gibt es in unserer welt nicht dass man irgendwie eine frau kennen lernt und man entjungfert sie sie entjungfert einem auch ein auch und und man bekommt dann irgendwie viele kinder hausgarten und urlaub und hunde katzen alles möglich das perfekte leben das ist bei uns nicht so die meisten können es noch nicht mal drei vier monate miteinander aushalten und gehen dann irgendwie fremd es ist klar es ist nicht überall so es gibt schon beziehungen die 20 30 40 jahre lang halten aber die meisten beziehungen die ich kenne die von den leuten die dann so lange zusammengeblieben sind da ging mindestens einmal irgendeiner fremd von beiden ja da war die beziehung kaputt vorne rum irgendwie hey wir haben ein haus wir haben eine familie wir leben finanziell gut und hintenrum irgendwie ja du dummes arschloch ich lasse mich scheiden von dir weil du mir einfach nicht mehr guttust ich liebe dich nicht mehr ja in den meisten fällen ist es so und die leute leben 20 30 jahre lang nebeneinander ja jeder macht so ein eigenes ding der sex ist auch seit ein zwei jahren nicht mehr da man weiß noch nicht mal mehr was die person auf der arbeit treibt ja nix ist mehr da gar nichts mehr ja und so ist das wahre leben ja in den meisten fällen in meinem alltag ist es so also privat jetzt einfach also abgesehen von youtube bin ich halt einfach eine oder ich versuche eine neutrale person zu sein wenn es sachen gibt die mich runter ziehen dann lasse ich mich sehr sehr leicht runter ziehen trinkt dann wieder etwas her musik und bin halt wieder an dieser faste stimmung dieser depressiven faste stimmung ja manchmal gibt es auch zeiten momente die halten dann irgendwie so zehn minuten an wo ich mir so denkt ja 2018 du könntest ja mal wieder sport machen gehen ein bisschen abnehmen trainieren ein bisschen dies das jenes machen vielleicht eine neue arbeit suchen oder vielleicht wieder in die schule gehen sich ein bisschen weiterbilden irgendwas halt aber das hält halt nicht lange an ich habe es mit therapien versucht mehr oder weniger ich habe es mit tabletten versucht die tabletten habe ich habe drei verschiedene tabletten genommen gegen depression ich habe immer wieder wurde ich aggressiv von diesen tabletten es hat sich nicht gebessert ist wurde schlechter ja ich habe mit vielen menschen den kontakt abgebrochen weil es einfach besser so ist für beide parteien ja noch mal ganz kurz abschließend zur persönlichkeitsstörung diese persönlichkeitsstörung ist keine sache wo ich sage boah krass es zieht mich runter ich möchte dieses ding unbedingt loswerden es ist eher für mich eine alltagsbewältigung ich kann so meinen alltag besser bestreiten bestreiten ja es ist nun mal so viele sagen immer ja sei doch einfach mal positiv und vergesst das negative so einfach ist es nicht das sind rollen die man annimmt es sind masken die man aufzieht warum zieht man masken an weil das gesicht ohne masken hässlich ist nicht hässlich im sinne von auch ja das aber nicht hübsch von hässlich im sinne von hässlich richtig ekelhaft hässlich so hässlich dass das die leuten möglich das lachen vergeht als ist ja ziemlich doof an aber ist halt einfach so das war mein beitrag zum thema persönlichkeitsstörungen ich weiß nicht ob ihr bis hierhin dran geblieben seid wenn ja schreibt man die kommentare hashtag bis zum ende würde mich mal interessieren wer bis hierhin wirklich dran geblieben ist es freut mich halt immer wieder wenn die leute halt wirklich dran bleiben und sagen hey ich habe das was du gesagt hast habe ich aufgenommen ich habe es verstanden ich empfand es für gut freut mich immer wieder ja wie gesagt das war mein beitrag zum thema persönlichkeitsstörungen ich persönlich komme gut damit klar weil es für mich persönlich ein eine normalheit in normalheit wird das wort existiert gar nicht weil es für mich persönlich ein standard geworden ist normales leben halt einfach eine normale alltagsbewältigung ja wie seht ihr das ganze habt ihr schon erfahrungen gemacht mit dem thema persönlichkeitsstörungen oder kennt ihr jemanden der dem es ähnlich geht oder sagt ihr nee ich kenne mich gar nicht damit aus blablabla wie ist eure meinung zu dem thema schreibt mir gerne die kommentare ja wer bis hierhin dran geblieben ist ich werde wahrscheinlich jetzt im zeitpunkt von heute morgen streamen also samstag dann mal gucken wie es so läuft wo ich morgen noch eine real talk aufnehmen kann bevor ich streame ja mal gucken dankeschön für eure aufmerksamkeit dankeschön fürs zuschauen dankeschön fürs zuhören dankeschön für alles dankeschön für jeden like dankeschön für jeden kommentar für jedes abo für jeden blick in die video beschreibung für jeden follower auf twitter instagram facebook alles mögliche danke für jede einzelne spende dass wenn es nur ein euro ist dankeschön für jeden kauf im shop ja die youtube persönlichkeit ist eine sehr sehr wichtige persönlichkeit die sehr sehr viel dazu beiträgt ich glaube wenn ich youtube nicht hätte würde ich schon glatt behaupten dass ich mich eventuell schon umgebracht hätte ich weiß nicht ich bin ja erstmal raus ja macht sich gut macht besser heute rein und bis dann ciao